Welche Herausforderungen sind Ihnen denn bisher begegnet bei der Einführung von KI? Also vom Grundsatz her denke ich mal als allererstes mal, wenn wir in konkreten Use Cases sprechen, müssen wir das Ganze erstmal kennenlernen und wissen, was es gibt es für Möglichkeiten. Aber wenn wir dann in der Umsetzung sind, sind die größten Herausforderungen aus meiner Sicht eben erstmal die Infrastruktur und Regulatorik-Themen bei uns zu schaffen im Haus. Das heißt, ganz viele sind noch nicht mit auf dem Weg, was das Thema künstliche Intelligenz angeht und es ist nicht so einfach mal eben ein Use Case in Produktion umzusetzen oder geschwäge denn in der Testumgebung. Das heißt, wir müssen in Richtung Datenschutz, Regulatorik einiges erstmal klären und geregelt haben im Haus, damit wir dann auch wirklich in die Umsetzung gehen können und damit loslegen können sozusagen. Wie relevant ist der AI-Act für Sie? Der ist dabei natürlich sehr relevant und das zählt genau eigentlich auf diese Themen ein, dass wir letztendlich uns damit auseinandersetzen müssen, uns alle Regeln im Haus auch erstmal auferlegen und sagen, hey, auf was achten wir wie und wie gehen wir damit um und das ist, glaube ich, alles noch in den Kinderschuhen und da muss sich so ein großer Konzern eben erstmal ein bisschen drauf einstellen und die Grundvoraussetzungen schaffen, damit wir wirklich in der Praxis loslegen können. Betrifft der AI-Act nur neue Projekte bei Ihnen oder sind es auch Teile, die quasi von alten Vorgehen, wie man zum Beispiel Kunden evaluiert hat etc., die jetzt nicht mehr so weiter getrieben werden können? Also in erster Linie mit Sicherheit mal für alles das, was neu ist, aber ich glaube, der Blick geht in alle Richtungen und man schaut auch auf das, was wir bisher schon gemacht haben und versucht, das für alles regulatorisch zu regeln und sich da aufzustellen. Welche Partnerschaften und Kooperationen sind Sie denn bisher eingegangen oder wollen Sie eingehen, um die Fähigkeiten im Bereich KI und insbesondere in der Automatisierung zu erhöhen? Das ist ganz spannend. Wir haben ja eben schon darüber berichtet. Die Zusammenarbeit mit der Firma Pentadoc ist für uns da, glaube ich, schon mal ein ganz großer Punkt. Das heißt, dort haben wir unsere ersten Erfahrungen gesammelt, auch ein KI-Prototypen oder mehrere Produkte zu bauen und erste Erfahrungen zu sammeln. Dazu kann man sagen, als Partnerschaft auf jeden Fall Google streben an, eben viele Dinge voranzutreiben, Use Cases umzusetzen und das eben auch mit Google gemeinsam Cloud-basierte Services dort umzusetzen. Wie messen Sie denn den Erfolg von der KI-Initiative, zum Beispiel von einem Prototypen, den Sie entwickeln? Ja, wir sind wirklich in einer Prototypen-Entwicklung, das heißt, am Ende schauen wir, welchen Use Case haben wir da bei uns ganz konkret, können wir es ganz gut messen, denn wir haben ein erwartetes Ergebnis und wollen eigentlich jeden Fall automatisiert verarbeiten an der Stelle. Das bedeutet, alle Vorgänge, die wir reingeben, haben einen gewissen Erwartungswert und können am Ende auch komplett gelöst werden. Und das lässt sich ganz einfach kontrollieren, ob das gewünschte Ergebnis eben auch wirklich so ist wie angenommen, sodass wir dann eine Automatisierung auch von diesen Vorgängen haben. Sind Ihre Erfahrungen nach bestehende IT-Infrastrukturen für die Indikation von KI-gestützten Lösungen bereit? Ich würde sagen, nein, aktuell nicht. Wir sind dabei, das aufzubauen und das ist auch tatsächlich die große Herausforderung, dass wir das einmal geregelt aufstellen. Im Moment ist es noch ein langer Weg und wir müssen, wie ich schon sagte, viele Leute mit auf die Reise nehmen und Verständnis schaffen und wirklich das ganze Haus und das ist eben nicht nur eine Sparte oder eine Squad, die sich mit einem Thema beschäftigt, sondern das generell aufstellen und ich würde sagen, noch ist die Infrastruktur zumindest nicht fertig. Wir sind dabei, das entsprechend aufzustellen und das wird hoffentlich schnell sein, damit wir loslegen können und da nicht unnötig Zeit verlieren. Herr Pekko, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme. Es war sehr spannend, Sie heute kennenzulernen und wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg für den Einbau Ihrer KI-Initiative. Vielen Dank. Vielen Dank.